Hallo Filmfraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Die Western von Sergio Leone gefallen mir in der Regel extrem gut. Doch ob es auch bei seinem wohl größten Werk so ist, erfahrt ihr jetzt. Spiel mir das Lied vom Tod, ist ein Italo-Western von Sergio Leone aus dem Jahr 1968. Im Zentrum der Story stehen Jill McBain, Munta Monica, Frank und Cheyenne. Dabei geht es um Gier, Mord und vor allem Rache. Spiel mir das Lied vom Tod ist ein richtig dicker Brummer. Leone hat hier zum ersten Mal für einen Western ein richtig dickes Budget aus Hollywood gestellt bekommen und das sieht man im Vergleich zu seiner Dollar-Trilogie auch ganz stark. Allein die Eröffnungsszene mit den vielen Geräuschen ist eigentlich schon so gut, dass man nur ungläubig mit dem Kopf schütteln kann. Allgemein erinnert der Film schon an eine moderne Oper. Jeder Charakter hat eine eigene Erkennungsmelodie und gerade die von Charles Brunson und Claudia Cardinal sind unfassbar gut. Wo ich auch direkt wieder beim nächsten Punkt bin, der abermals wahnsinnig tolle Soundtrack von Ennio Morricone, hört sich also alles schon mal richtig klasse an. Allerdings habe ich auch was zu kritisieren. Die Story ist interessant und auch der Twist in Sachen Munta Monica und Frank gefällt sehr. Jedoch finde ich diesen Western von Leone doch zu poliert und zu sehr auf Hochglanz getrimmt, was sicherlich mit dem großen Budget zusammengehangen hat. Dann ist da noch Charles Brunson. Der ist hier ebenfalls der namenlose Held in Anführungsstrichen, aber hat meiner Meinung nach noch lange nicht die Wirkung von Clint Eastwood. So gesehen ist das hier wirklich ein wahnsinnig toller Film, der schon wie ein Gemälde von Salvador Dali wirkt. Also irgendwie richtig, richtig gut. Doch irgendwie ist auch was faul und es stimmt nicht alles. An einigen Stellen fand ich den Film auch etwas langatmig. Trotzdem ist Spiel mir das Lied vom Tod schon ein Stück Kulturgut, den einfach jeder mal gesehen haben sollte, der für mich aber noch lange nicht an The Good, The Bad and The Ugly rankommt. Spiel mir das Lied vom Tod dauert 175 Minuten, und hat momentan bei knapp 137.000 Bewertungen auf IMDb eine Durchschnittsbewertung von 8,7. Gehe ich ein Stück tiefer, 85 Punkte, 8,5. Nun zu euch, wie fandet ihr den Film? Stimmt ihr mir zu oder nicht? Postet doch mal eure Meinung dazu. Wir hören uns dann beim nächsten Film wieder und bis dahin sage ich... ja immer mal überall 's. hier hier